Yo Leute was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch wie ihr 2FA bei eurem Epic Account aktivieren könnt. Und ihr könnt es wirklich überall machen, also auch bei Playstation, bei Xbox, bei egal was. Ja und wenn ihr neu auf diesem Kanal seid, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Würde mich sehr sehr unterstützen. Und ja jetzt fangen wir auch direkt mit dem Video an. Als erstes geht ihr mit eurem Handy oder wo auch immer in den Browser rein und gebt dort Epic Games ein. Und dann geht ihr hier auf die Official Site. Hier auf der Official Site meldet ihr euch dann mit eurem Epic Account an. Ich habe es jetzt schon gemacht. Ganz wichtig, wenn ihr auf Playstation seid und wenn ihr dann bei Epic Account versucht euch anzuwenden und es nicht funktioniert, dann kann es sein, dass euer Account von einer Playstation erstellt wurde. Also dass ihr keinen Epic Account habt, sondern einen Playstation Account. In dem Fall müsst ihr dann einfach einen Epic Account machen und den dann im Nachhinein mit eurem Playstation Account verbinden. Wenn ihr nicht versteht wie es geht, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich versuche euch dann zu helfen. Aber jetzt machen wir hier weiter mit dem Tutorial. Und zwar wenn ihr euch hier angemeldet habt, geht ihr rechts oben auf euren Epic Namen und klickt dann auf Konto. Wenn ihr das gemacht habt, seht ihr hier, dass ihr einen Überblick über euren ganzen Epic Konto habt. Und hier links ist eine Leiste von Allgemein bis zu Code einlösen. Hier dieser Schlüssel bei Passwort und Sicherheit, da müsst ihr dann drauf drücken. Und wenn ihr dann runter scrollt, seht ihr hier schon zwei Faktor Authentifizierung. Hier gibt es jetzt dann drei Möglichkeiten, die ihr auswählen könnt, entweder über eine App, über SMS oder über E-Mail. Ich finde persönlich E-Mail am besten, weil wenn ihr euch authentifiziert und dann eine SMS an euer Handy geschickt wird und ihr gerade euer Handy nicht findet oder es verloren habt oder weiß was ich gerade alles, dann ist es natürlich blöd. Dann könnt ihr euch nicht anmelden. Darum habe ich E-Mail genommen. Weil jedes Mal, wenn ich mich anmelde, bin ich ja auch am PC, also kann ich auch schnell in den Browser gehen und dann kurz meine E-Mail abchecken, was die mir für einen Code geschickt haben. Authentifikator App habe ich persönlich noch nicht probiert. Könnt ihr gerne machen. Ich weiß leider nicht, was man da machen muss. Aber das sind die drei Möglichkeiten, die euch angeboten werden. Und da könnt ihr es dann auch dann selber aussuchen. Wenn ihr es gemacht habt, dann seid ihr eigentlich schon fertig. Und ihr solltet in Fortnite, glaube ich, auch den Boogie Down Tanz bekommen. Ist auf jeden Fall ein ziemlich nicer Tanz. Den bekommt ihr dann wirklich auch geschenkt, komplett kostenlos. Wenn ihr das erste Mal natürlich 2FA aktiviert habt. Und ihr dürft dann ja auch Cups mitspielen in Fortnite. Also wenn ihr Cups spielen möchtet, könnt ihr das jetzt dann machen. Weil man muss ja 2FA haben, um Cups spielen zu dürfen. Und das war es dann eigentlich auch schon mit dem Tutorial. Ich hoffe, es hat euch geholfen und auch gefallen. Falls, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr es mir wirklich gerne in die Kommentare schreiben. Ich checke eigentlich jeden Tag meine Kommentare aus und gebe eigentlich auch Antworten immer drauf. Das war es dann auch schon von meiner Seite. Ich schaue, dass ich demnächst wieder aktiver werde auf YouTube, vor allem mit den Videos. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.